Ja, na wen natürlich. Ich will schon mal zu Aller. Ich habe mich verschimpft mit der Tat, das sage ich besser. Wie meinst du Aller? Ich muss noch arbeiten müssen von deiner Mutter. Nein, das war nix. Das passt doch nicht so. So viel kann man nicht rennen und spielen. Nein, nein, das ist mir klar. Obwohl die Rubik lief. Ja. Und das war kein Problem. Also wenn ich ehrlich gesagt habe. Ohne, ohne, sie kann alleine spielen. Davon geht man sich nur noch verteidigen. Ja, oder die Rubik auch wieder das Vollspiel. Ja, aber das war dann schon anstrengend teilweise. Der Rubik muss Stunden gehen. Müsstest du. Deine Mutter macht's ja nicht. Nein, nein, auch irgend so etwas kleineres. Vielleicht dazu auch was. Ja. Na ja, das ist so. Das ist wirklich so groß. Mit der Monte oder so auf die Ort. Ja, oder so. Ja, oder so. Da muss ich auch gerne grob spüren. Aber wer nicht, wo sie viel verlaut. Du, du wirst lachen. Die Mona spült so grob. So grob. Ja. Ja, extrem. Ja. Ja, das ist so großartig. Ja, das ist so großartig.